Ab geht es wieder, schön entspannt am Bärensee hier auf Schleie. Letzte Woche sollte es schon wild laufen. Ja, es lief auch wirklich gut auf Muschel. Heute heißt es gerade, ich komme gerade online, Alden, probier mal auf Käse. Und ich probiere mal. Also legen wir los. Irgendwas zuppelt hier doch schon wieder dran rum. Und ich teste heute hier auf Käse. Der FFM hat er mich angeschrieben und meine Alden Schleie lübt am Bärensee auf Käse. Hier hast du schon mal PVA, das verwende ich und es lübt. Und was soll ich sagen? Ja, es lübt. Aber eben nicht nur die Schleie, sondern auch die Goldschleie ballert mit rein. Und das ist natürlich super interessant, wenn man denn mal wieder die Chance hat auf die besagte Goldschleie. Goldschleie, sensationell. Einfach nochmal ein bisschen goldiger als normal. Hatte ich abgehakt. Anno 1875. Schön mit Honigteig. Ich könnte Honigteig reinschmeißen. Und Muschel will ich eigentlich auch nochmal testen. Hm. Ich gucke mir gleich nochmal die Futtermische an. Also können wir gleich nochmal zusammen reingucken in die Futtermische. Ob da Honigteig drauf funktioniert. Was mich halt ein bisschen natzt. Ich habe ja hier das Ding abgehakt. Aber in den Qualifikationen, ne beziehungsweise hier, ist das Ding halt leider nicht drin. War halt vor der Zeit. Von daher muss ich das Ding einfach nochmal fangen. Easy, oder? Einfach nochmal eine Goldschleie Trophy fangen. Gar kein Problem. Also ab hier ans Wasser und testen. Bisher sieht es so aus im Kescher. Zehn Minuten jetzt ungefähr hier. Die erste Barbe ist auch schon reingeballert. Auch das immer wieder richtig gut. Wenn man einen Spot hat, wo neben den Schleien auch noch ein paar Barben reinballern, passt das. Vor allem eben auch vom Setup her. Amur möchte man eigentlich weniger hier haben. Denn der macht das doch etwas feineres Setup dann schnell madig. Feineres Setup bedeutet direkt für dich, wenn du noch nicht so weit bist vom Level, vielleicht ungefähr Level 20, ballerst dir hier gerade so. Oder hast dir erstmal die HSV gegönnt als Rolle. Dann kann man sich hier halt schon mal ganz gut hinstellen. Ich nutze die hier auch gerade auf den Routen. Heißt also, ich bin hier mit Vorfachstärken von 17 bis 18 Kilo unterwegs. Gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal im Detail an. Und bin bisher auch ganz zufrieden. Es kann natürlich trotz allem immer passieren, dass hier mal ein dicker Wetterbrocken reingeht. Ein großer Amur oder sowas. Von daher nicht ganz so wenig Schnur mitnehmen. So ungefähr 200 Meter sollte schon ganz gut passen. Macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Man kann die ein bisschen laufen lassen, die Brocken. Und dann kann man eben auch hier um diese Ecke rumlaufen. Das ist halt immer mies, wenn die hier schon lang abgezogen sind. Und man ist dann schon knapp bei Schnur und muss dann nochmal diese Ecke hier nehmen. Dann wird es richtig eng. Heißt also, wenn ihr meint, da zieht einer zu schnell ab. Eher mal ins Laufen kommen, dass man hier, wie gesagt, diesen Schniepi, diese Ecke einmal geschafft hat. Und dann ist man hier in dem Bereich und kann in der Regel hier in diesem Rundell quasi eigentlich alles locker müde drillen. Wenn es mal was viel zu Großes ist. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt geht. Jetzt vor allem auch in den Abendstunden. Bisher bin ich hier komplett eben auf Muschel unterwegs. Äh, auf Muschel. Auf Käse unterwegs. Können wir uns mal eben hier reinschauen. Und anschauen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, mit einem 18 Kilo Vorfach unterwegs. Einser Haken groß. Käsewürfel fertig. Ich habe, wie gesagt, ja schon den Plan, hier nochmal Muschel rauszuwerfen. Wäre halt nochmal eine Option. Zack, in den Clip rein hier. 17 Meter Clip. Hatten wir ja zuletzt im Livestream auch mal wieder das Thema. An dieser Stelle oder speziell an dieser Stelle ist es so, dass wir bis hier ungefähr, ungefähr 15 Meter, einen grünen Teppich haben. Das heißt, das ist komplett alles grün-grasiger Untergrund hier vorne. Und ab diesen 15, 15, 16 Meter geht es dann los hier hinten so in diesem Bereich. Da ist es dann schlammiger Untergrund. Heißt also, für den geskillten und gut informierten Karpfenangler, ich packe mir mein Blei passend zum Untergrund dran. Dann jetzt in diesem Fall, beziehungsweise wenn man hier eben mit Boilies unterwegs ist, Blei und Ledcore passend dann zum Untergrund. Also entweder so Schlammfarben, Lehmfarben oder auf Grün, wenn man hier vorne im Nahbereich eher unterwegs ist, bis 15 Meter. Ja, von der Futtermesche können wir ja mal eben gucken. Inventory FFM. Ein F zu viel. So. Da ist er. Das hat er geschickt. Und meine alten Testemar hat gut funktioniert. Und zwar ist es wirklich basic zusammengebaut. Mit Mais, was gut ist für die Schleie, Käse geht immer, Hanf funktioniert immer ganz gut, Paniermehl ist auch in der Basis mit drin, Hanfsamenöl. Und das Ganze hier nochmal kombiniert mit süße Sahne-Feed-Pellets. Mir fällt gerade auf, ich habe Achter genommen, also die etwas größeren, nicht die kleinen Dreier. Naja, ich will ja auch die größeren Brocken. Ich glaube, das macht den Kohl auch nicht so fett. Aber wie gesagt, gerne die etwas größeren. Bäm, Alter, für die Goldschleie. Und da ist sie auch schon, Alden. Zack. Na, da würde ich auch sagen, erstmal dickes Dankeschön an den FFM für den Spot und für den Tipp und für die Futtermesche. Ihr seht, funzt, gar nicht schlecht. Ähm, die Frage ist, wie viele, wie viele gehen hier rein und wie viele kriegen wir getriggert? Ähm, ich habe bisher einmal die Futterrakete ausgeschmissen mit 10 Bällchen jetzt an diesem Spot. Und warte jetzt nochmal ein bisschen ab. Ich denke mal so auf wie, ja wie sonst eigentlich auch immer, 4 Uhr ungefähr rum. Erstmal wieder auswerfen. 4 Uhr ungefähr rum, geht es dann wieder los. Dann ballere ich nochmal, vielleicht mache ich dann PVA einfach mal dran. Und lege ich dann wieder raus, ne. Dass dann wieder ein bisschen angefödert wird. Und dann sollte es doch wieder lüppen. Tja, schön. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Auch wenn sie winzig klein ist mit 800 Gramm. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass da ein bisschen was geht. Ähm. Tja, und Muschel wollte ich auch noch testen, ne. Jetzt überlege ich natürlich gerade. Werfe ich das da so in die Richtung. Jetzt sind gerade beide hier am Bimmeln. Alles hier gerade schön mit Käse. Oder ich kombiniere mal sinkende Boilies. Was mit Hanf und mit Sahne. Könnte man auch noch machen, ne. Ist natürlich dann immer die Gefahr, wenn man eben davon weg geht. Dann, ähm. Ja, man vertut natürlich dann viel Zeit wieder, ne. Na, entscheidet euch. Ihr Lümmels. Es ist halt immer wieder vertane Zeit, ne. Wenn da nichts funktioniert. Deswegen immer ein bisschen tricky. Lohnt es sich, das zu testen oder nicht. Und im Moment funktioniert ja der Käse offensichtlich ganz gut. Noch ein bisschen dran rumzuppeln. Und schön warten, bis er abzieht. Aber auch nicht so groß, ähm. Ja, es könnte natürlich auch sowas wie Güster oder Giebel oder Brassen und so auch reingehen, ne. Gerade auf dem Käse hier. Ja, da ist sie, die Güster. Da passiert das halt auch schon mal. Also nicht verwunderlich sein oder nicht wundern darüber, dass da irgendwie sowas Kleines reinballert. Ist halt so. So. Ja, ich würde sagen, ich lasse das hier nochmal ein bisschen zuppeln. Beziehungsweise ich baue gleich nochmal eben um und teste nochmal zwei verschiedene Boily-Variationen. Das ist natürlich ein Ding, ne. Ganze Nacht über Gornischt. Kein Gezuppel, kein Garnix. Wir schauen mal eben rein. Erstes Setup habe ich zusammengebaut. Angelehnt an die Inhaltsstoffe in der Futtermische. Heißt, Sahne-Pellets sind drin. Hanf mit Rinf und Hanf als Suckern. Soße als Dip. Dann hier nochmal Sahne mit Hanf. Und auch hier nochmal Muschel mit Sahne. Mhh. Schön Sahne-Muschel-Dip, Alter. Aber nichtsdestotrotz, nichts davon hat irgendwie bisher in der Nacht getriggert. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens. Das heißt, ich ballere hier nochmal die nächste Ladung raus. Futter-Mische. Da haben wir es drin stehen. Genau, wie gerade schon gezeigt. Also auf 17 Meter. Zack, nochmal raus damit. Und jetzt gucken wir mal. Da ist jetzt die nächste Futter-Mische drin. Ich weiß gar nicht, wie die Haltbarkeit war. Aber ich glaube, das sollte reichen. 10 Stück sind jetzt nochmal drin im Wasser. Und jetzt lasse ich das nochmal ein bisschen laufen. Selbst mit diesen wilden Köder-Kombinationen und den Boilies. Und wenn das jetzt gleich nichts liefert, so in den nächsten 2 Stunden ingame, dann direkt wieder der Wechsel auf Käse. Und dann versuche ich mein Glück hier weiter mit dem Käse. Also gucken wir mal. Na ist es denn. Guckt dir das an, Alter. Stündchen später. Erstes Gezuppel. Hat sich doch noch einer erbarmt. Auf süße Sahne und Hanf. Und ich bin natürlich gespannt, was es ist. Absolut gespannt, was sich da jetzt denkt. Da gehe ich mal rein. Okay. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen für Alten. Lass das mal lieber mit dem Schnickschnack. Und back to the roots, Alten. Warum auch irgendwie rumexperimentieren, wenn man einfach einen Käse verwenden kann. und mit dem Käse auch noch wunderbar Goldschlein fängt. Also, raus damit. Ich baue gleich wieder um. Und dann gucken wir, ob wir noch was fangen. Zack. Und wieder einer rausgezogen. Alter. Gerade war schon ein Amur dran. Ein kleiner. Den wollen wir natürlich jetzt hier nicht haben am Spot. Nächster kleiner Spiegelkarpfen. Habe ich irgendwas versaut? Gut, ne. Fudermische und so. Alles gleich. Also, immer noch die gleichen Brocken. Aber vielleicht sind an den Morgenstunden, wenn es so kühl ist, dann doch eher die kleinen Karpfen dran interessiert. Und weniger die Schlein. Könnte man natürlich auch nochmal testen, ob es dann vielleicht in den Morgenstunden, Morgenstunden, ja, vielleicht entweder weiter draußen, nochmal deutlich weiter raus, ins Tiefe einfach werfen oder dann vielleicht doch eher hier ufernah. Das sind dann auch nochmal zwei Variationsmöglichkeiten. Einfach, wie gesagt, mit dem Käse vielleicht einmal so auf 25 Meter und einmal so auf 14 Meter. Und ja, 14 Meter dann natürlich so mit einem grünlichen Blei. Und dann einfach nochmal testen, ob das bei so kühlen Temperaturen oder wo es bei so kühlen Temperaturen vielleicht besser läuft mit den Schleien. Joa, also, ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Immerhin, eine kleine Goldschleie war dabei. Es ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Und ich bin gespannt, ob da noch mehr geht. Ich lasse jetzt hier einfach mal schön nebenbei noch ein bisschen im Wasser und ziehe die Brocken raus. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, gern Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. Petri.